Also, da drüben sind die Wifern. So viel haben wir jetzt schon mal. Komm, Agi. Berthold, wir fliegen da. Warum sind jetzt hier auf einmal so viele Wifern da? Die waren doch vorher nicht da. Da hat doch der Drake wieder dran rumgespielt. Alter! Komm, wir fliegen mal unterm Radar. Ich weiß, ich muss die Viecher fangen, aber... Nee, war ich nicht. Ja, nie bist du was. Guck dir das mal an. Hier ist alles voller Wifern. Boah, hier ist kein Fleck, wo kein Wifern ist. Sind die vielleicht ein bisschen zu heftig gespawnt? Kann das sein? Die müssen geschlüpft sein irgendwie. Guck dir das mal an. Alter, was hier los ist. War ja nicht, kann das bezeugen. Na, dann geht's. Dann ist okay, Lennox. Wenn du das bezeugen kannst. Aber... Ich komm mal online. Ich werd ja sehr verbunden, weil so kann ich ja kaum irgendwo hin, ne? Guck dir das mal an. Der ganze Himmel voller Wifern. Ich find's ja geil, weil wir brauchen ja welche, aber... Ich hab ein bisschen Angst. Ich sag's, wie's ist. Ich hab ein bisschen Angst. Die greifen hier alles an, Alter. Müssen geschlüpft sein irgendwie, sagt er. Ich dachte, da wär jetzt grad so ein Spot, aber die sind ja überall. Hohohoho, Digga, was ist los hier? Es ist egal, wie rum ich fliege, ne? Und vor allen Dingen, die Viecher sind ja viel schneller als wir. Die hängen wir doch niemals ab. Ah ja, aber eine Entdeckernotiz haben wir. Die vielleicht meinem Vogel noch... Der ist auch schön mit den braunen Federn. Jawohl, da ist er. Fuck, haut dir das an? Ich glaub, wir sollten tatsächlich warten, bis der Drake hier ist und das ein bisschen repariert hat, weil ich komm hier. Guck mal, die sind überall, Alter. Die sind überall, ich mein, das ist... Das sind Thorny Dranks. Die brauchen wir auch, aber ey, ich hab jetzt echt Schiss, hier zu landen, ne? Leute, pass mal auf, machen wir anders, machen wir anders. Wir fahren jetzt, wir gehen jetzt zu unserem Stargate. Solange die Wifern noch da sind, wir brauchen ja Wifernmilch, das heißt, wir müssen ja welche fangen. Fuck, 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 fuck. Okay, die Pyramide baut sich jetzt erst auf, das dauert halt ein Momentchen. Wir gehen jetzt zu dem Platz, wo wir die Wifern fangen, wo unser Stargate, äh, unser Tor steht. Und dann gucken wir, dass wir uns eine Wifern-Ranz holen, wo wir auf jeden Fall schon mal die Wifernmilch kriegen. Das können wir, wir können das ja schon mal ausnutzen, wenn hier schon so viele rumfliegen. Weil, sicher ist sicher, ähm, passt auf, wir müssen das Stargate nehmen, wir brauchen den Agentavis, ich hab die Sachen. Wir sollten uns noch ein Bett mitnehmen. Ein Bett. Ein Bett. Und ein Teil zum Bett draufsetzen, wobei, der steht eigentlich genug. Ja, wir nehmen es mal mit, komm. Das können wir hier lassen. Muss ein Weibchen sein für die Milch, das hab ich mir schon gedacht. Naja, aber dann haben wir ja wenigstens ein bisschen Auswahl. So, was läuft, wir gehen zum Stargate. Ey, Digga, was ist denn los mit dir? Boah, Alter, wie er brennt. Bühne! Bühne, komm mal, ey, hier. Ein Wendekreis wie ein LKW. Du solltest da eine Wifern-Falle bauen. Du hast mir doch Dings hingestellt, du hast mir doch da einen Zähn-Käfig hingestellt. Da würde ich das gerne machen. So war eigentlich mein Plan. Bühne, komm her. Hier bleibst du stehen. Verstehst du mich? Ja. Du nicht, Alter. Du nicht. Die steht so weit weg. Wenn da aber genauso Weifern sind. Das will ich ja gerade checken, ob da genügend Weifern sind. Warum jetzt kein Schild? Muss ich da jetzt das Teil wieder reinpacken oder was? Ah, nee, hier kann ich doch. Wo war denn das? Ähm. Bei C war's, ne? Glaubst du, es geht los? Glaubst du, es geht los? Glaubst du, es geht los? Es geht los. Boah! Alter, guck mal, hier ist alles voller Weifern. Hier war es nicht, dann war es doch D. Dann muss ich immer warten, bis das Ding hier zu ist. Ja, irgendwas ist da schief gelaufen. Wo kommt der denn her, Alter? Und warum verträgt der so viel? Alter! Was ist denn da los, Summer, Digga? Ein Gemetzel! So, wir gehen wieder. Wir haben zu viel Action hier. Schüssen! Natürlich ist auch der falsch. Weifern gekillt, Alter, vom Feinsten. Oh, fuck, 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 fuck! Schieeeesss!! Scheisse, wir gehen drauf, Alter! Wir gehen voll drauf! Ja, ich weiß, Steinkind. Oh, Alter, ist hier Action, ey! Ah, fuck Ach, hier war es so schön still und friedlich Ach nein, wie komme ich Ach fuck, jetzt habe ich mich so Wir haben hier einen Teleporter Wir haben hier überall Teleporter gestellt, genau Nehmt den Ich glaube, an dem Ding war einer gestanden Ist jetzt hier Ruhe Ich glaube, es geht los Mhm Ja, erst mal beim Teddybär aufwachen Guck mal Ist doch schön, wenn sich der Teddybär anlacht Gebt mir eine Pistole Irgendwas ist da wieder gestorben Steinkind Vielen lieben Dank für 100 Bits Endlich mal was los beim Kalle Ihr wollt doch nur sehen, wie ich fail Gebt es doch zu Ich kenne euch doch So, wo ist mein Schwert? Ich hatte hier so ein geiles Hier ist es Damit mache ich es jetzt alle platt, Alter Aber alle Dann geht das Portal aus Ah, danke dir Ich hole sie mir jetzt alle Rachefeldzug Alkoholforscher Ähm, was ist denn Was ist denn jetzt hier? Warum haben wir hier so einen schönen grünen Kreis? Ach, dich, Alter Du siehst schon geil aus Hühn Hühn, du bist eine Maschine Jetzt kören sie alle der Katze, Alter Wir teleportieren uns dahin Jetzt werden sie alle sterben Möge der Soft mit dir sein Alle sterben sie jetzt Alle Sobald ich hier meinen Teleporter finde Sterbt Habe ich doch gesagt Es gibt Ruhe hier Das brauche ich nicht Das brauche ich Was? Wo? Gibt es Probleme? Irgendjemand? Irgendjemand? Was ist denn hier für Wo denn? Warum denn? Wie denn? Alter Glaubst, hackt Ja Zieh dir erstmal was an Sehr gut Das haben wir Sonst noch jemand ohne Was hier aber auch alles rumliegt Stirb! Stierb! 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 Warum musst du jetzt wieder nachladen? Kannst du dir das mal zählen? So ein Vieh muss ich auch noch zähmen, ne? Und du bist doch bestimmt ein Wasserback Nee, du bist ein Mistkäfer Zwischen all den bösen Viechern machst du zwischenrum, Alter Und du? Auch ein Mistkäfer Die Mistkäfer sind toll So, Freunde, der ist Sonne Hier wollte ich ja eigentlich gar nicht hin, aber ich hab hier aufräumen müssen Rache nehmen Ähm, wir probieren's bald B War's tatsächlich A? Nee, es war B, ne? Ja, hier ist die 10-Falle Ja, leck mich doch fett Hier ist keine einzige Weifer, doch Aber muss ich nicht so ein Vieh auch zähmen? Morella Tops Level 120, würde ich nehmen Ähm, pass auf Du gibst jetzt mein Versuchsobjekt Alter, sag mal, ist das die Möglichkeit? Zack, ein Schuss liegt so gut Mit den Narkosepfeilen aus der Mod Die sind so geil So, Morella Tops, jetzt hab ich dich erstmal platt gemacht Und jetzt hab ich aber keine Ahnung, was du eigentlich so frisst Wir probieren's mal mit Mechobeeren Wasser trinken Ach, ist das auch ein Wasserspeicher, oder was? Ja, wie geil ist das denn? Jo, funktioniert Alles klar Er frisst Mechobeeren Was ist hier? Oh, die Kürbisse Ist das nicht Ist das nicht das Event? Ist das nicht das Halloween-Event? Spooky Pile Ist doch das aktuelle Halloween-Event, ne? Muss ich mir mal durchlesen, was Lässt du den in Ruhe, du Saftvieh? Glaub, es geht los Hab ich dir geholfen? Freund der Sonne, ne? Ja Sagst du nichts mehr? So Ein Morella Tops So, dann können wir den auch abhaken Wenn wir den haben Und hier haben wir unser Oh, ich will auch so ein Känguru, ne? Ich muss jetzt hier ein bisschen aufs Morella Topschen aufpassen Sau gut, dass die auch Wasser speichern Richtig stark So, und da vorne haben wir die Weifern Pass auf Weibliche Weifern brauchen wir Und wir haben jetzt wahrscheinlich Ja, wir haben das Glück Das ist ein Männchen 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 Das war so klar Männchen Ne, das ist auch nochmal Kürbisse Die nehmen wir natürlich mit Decorate your base with your pumpkin Cool Unter anderem Ghost Gains für Tiere Gibt von den Ghost Tieren Wieder rumlaufen, wenn du die killst Ah, sehr geil Ja, denn die Events sollten wir auf jeden Fall machen So lange wie sie laufen Ich glaube bis zum 6. November läuft's, ne? Mein Morgen Ist Halloween Also nicht für die Leute auf YouTube Für die ich das auch aufnehme Sondern Der Stream ist einen Tag vor Halloween So, die Weifern hier reinkriegen Ist das kleinste Problem Das größte Problem Wird erstmal ein Weibchen finden Wobei Es könnte auch bei mir schon ein Problem werden Die Weifern da rein zu kriegen Aber dann gucken wir halt hier nochmal nach Wir brauchen ja Stimmt Hier ist Ein Lüster Die sind auch cool Gundibert Ah, die sind halt so geil Ich hätte gerne so einen, Alter So, haben wir da hinten noch was? Sagt's mir nicht an Litz-Wifern Das sind die Also du meinst hier Oder du sagst hier laufen so Ghost-Tiere rum, ne? Müssen wir mal gucken, was wir so Ghost-Tiere finden Das finde ich ja echt cool So, wie lange brauchst du denn noch? 38 Komm, dann lass uns mal da runterlaufen Zu diesem Gebäude Da waren wir nämlich noch nicht Diemchen können wir dann da runter pfeifen, denke ich Oh Das ist aber hoch Für Kalbe musst du kochen Kürbis, Grabsteine, Vogelscheuchen und Knochen Letzteres gibt es von den skelettierten Viechern Alles klar Sau gut Ich finde es vor allen Dingen cool Dass wir das direkt hier so integrieren Das finde ich stark Deswegen macht Ark so viel Laune Okay Normaler Stuff Sag mal, büxt hier die Wifern nicht aus? Eigentlich nicht, ne? Die passt hier nicht durch, oder? Oder? Du bist ja auch schick Hör mal Entschuldigung Aber was sein muss, muss sein, Digga Du bist so schick Ich möchte dich behalten Äh, was fressen die denn? Fressen die keine Bären? Dann Fressen die Bären? Fressen die Bären? Vielen Dank.